Dieses düstere Detail in Shrek haben alle übersehen. Der kultige Animationsspaß ist vor allem für seine Comedy bekannt. Trotzdem wurde in dem Film eine düstere kleine Geschichte versteckt, die viele mit Sicherheit gar nicht mitbekommen haben. Als zu Beginn alle Fabelwesen auf Geheiß von Lord Farquaad aus dem Zauberwald vertrieben werden, sehen wir eine Bärenfamilie in einem Käfig. Mama Bär, Papa Bär und Baby Bär. Später in Shrecks Sumpf sehen wir die Bärenfamilie wieder und das weinende Baby muss von Papa Bär getröstet werden. Wo ist also Mama Bär? Tatsächlich sehen wir sie später wieder, nämlich als Teppich im Schloss von Lord Farquaad. Ein wirklich düsteres Detail, das vielen bis heute vielleicht entgangen sein könnte.